Das habe ich richtig ausgesprochen. Wir waren eigentlich schon mal beim Vornamen, aber ich habe den Nachnamen für alle anderen hier gemüht. Ich würde auch einfach gerne das Mikro noch mal übergeben, dass Sie auch noch ein paar Worte sein können. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen im Thüringenpark und sehr, sehr schön, dass so viele Besucher den Thüringenpark heute nachgesagt hier besuchen. Und natürlich vielen Dank den Gisby-Füchsen für, das ist ja schon fast eine lange Tradition, die Sie da machen, jedes Jahr hier im Thüringenpark. Und das soll auch so bleiben für die nächsten Jahre, dass Sie jedes Jahr hier aufsehen. Vielen Applaus! Ansonsten würde ich die Studie ja nutzen, dass Sie das Zepter übernehmen, weil es ist ja Narrenzeit und das ist Ihre Zeit. Insofern, vielleicht kann ich das auch noch mal probieren. Gisby-Füchse! Hallo! Sehr schön. Nicht weglaufen!